Hallo und herzlich willkommen zu Part 165, müssten wir sein, von Dauntless. Einen neuen Bildvideo. Ja, wir sind nicht mehr in der Woche der Verwundung, in der ich eine Verwundung gezeigt habe. Nee, wir haben hier eine neue, wie soll ich sagen, einen neuen Bildvorschlag von Christian. Gruß an Pox geht raus. Ja, einen Zuschauer von mir, der mir netterweise diesen Bild zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss wirklich sagen, ja, der Bild ist wirklich, ist richtig gut, macht richtig Bock. Ja, und zwar ist es ein Pistolenbild, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe. Und ich klicke mal gerade weiter in die Prüfung oder in die Patrouille. Ich habe eine Frostpatrouille ausgewählt. Ich hoffe, wir bekommen jetzt auch die richtigen Monster, wo man es gut zeigen kann. Ich hätte eigentlich Panga auswählen können, nicht cleverle. Boreos oder das, ja, Scrave müsste eigentlich auch gehen. Gucken wir mal. So, und zwar, was haben wir hier drin? Also es müsste normalerweise alles gehen. Das ist wirklich ein guter Bild. Ostische Repetierpistolen haben wir logischerweise drin. Mit Inferno-Lauf, der Hochgeschwindigkeitskammer. Das hier ist austauschbar, je nachdem, was man halt eben spielen will. Kapitänsgriff plus 15, um super schnell zu werden. Glückliches Magazin, um ein bisschen Crit mit drin zu haben. Finsternis-Prisma, dass man natürlich noch weiter aufwerten könnte und noch mehr Schaden machen könnte. Zelle der wendigen Wut, Zelle des Ausweichens haben wir hier drin. Auch die ist natürlich austauschbar, wenn man da Agilität oder sonst irgendwas drin haben will. Dann haben wir hier Krone des Lichts mit Leitung und wilde Raserei. Hellblattenbrustpanzer mit Geschmolzen und Zelle der wilden Raserei. Dornengreifer mit wendige Wut und Zelle der Wut. Und dann haben wir die vulkanischen Stiefel nochmal mit Wut und Disziplin. Emberments-Rausch mit Zelle der Leitung. Wir kommen auf folgende Werte. Leitung plus 6, wendige Wut plus 6, wilde Raserei plus 6, Wut plus 6. Ausweichen plus 3, Disziplin plus 3, Geschmolzen plus 3. Als Tränke habe ich mich für den Angriffsdrang, Geschwindigkeitsdrang und den Laternendrang, also Ätherschwungdrang, entschieden. Um halt die Laterne immer wieder schön schnell voll zu haben. Und ich kann euch nur eins sagen, der Bild geht echt richtig ab. Wenn da noch ein zweiter im Team wäre, der, sag ich mal noch diese, ach wie heißt es wieder, ich weiß gar nicht, ist das Shrike oder was? Die Shrikes-Laterne, wo man den Umkreis machen kann, der auch nochmal allen Slayern mehr Geschwindigkeit gibt. Ich glaube 15%, das wäre noch möglich. Also ja, dann geht das halt richtig ab. Es gibt ja die eine Laterne da, ihr wisst ja Bescheid. Kann ich jetzt gerade nicht gucken. Kann ich vielleicht nach der Jagd gucken, aber es ist im Prinzip Wurst, das wisst ihr ja. Das könnt ihr euch ja reinziehen, welche Laterne das noch ist. Und das muss halt dann ein anderer, muss das im Spiel haben. Ja, und meine Nachbarn gehen hier gerade vorbei. Hallo Nachbarn. Ja, und ich habe es jetzt einmal getestet, auch hier in der Frostpatrouille und ja, hat richtig, richtig Laune gemacht. Geht richtig ab. Ich hätte das, dem Bild echt gern mal gespielt, sag ich mal, als noch die anderen Geschwindigkeitswerte drin waren. Da hatten wir ja 25% durch wilde Raserei und 25% auch bei dem Ausweichen und dem ganzen Kram. Jetzt haben wir halt die 2x20%, allerdings ist der Basisspeed der Pistolen ja angehoben worden. Also es könnte sein, dass wir sogar jetzt mehr Speed sehen und das ist echt richtig heftig. Ja, die 3 Dränke halt nutzen, einfach nur um es euch jetzt zu zeigen. Wer da super geübt ist, kann das natürlich anderweitig spielen, muss das nicht so machen. Ja, und dann seht ihr gleich, wie das richtig abgeht. Wenn ich da auch meinen Molten bekomme und so ein Kram. Molten 3 reicht ja völlig aus. Ja, und da geht das halt ordentlich ab. Da kann man da richtig abgehen. Kann ich den da eigentlich unterbrechen? Nee, kann ich nicht. Jetzt ist noch Leitung aktiv. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich einmal ausweiche. Genau, wunderschön. Und da werde ich nochmal ein bisschen schneller. Oder hier. Genau. Und da können wir da richtig abgehen. Seht ihr das, wie schnell das geht? Das ist schon Wahnsinn. Da kann man da richtig reinballern. Y-Move wäre auch wieder am Start. Da wäre ich nochmal einen Tick schneller. Ja, und da bricht schon das erste Teil. Ja, und geht halt richtig ab. Guckt euch den Schaden an, der da rausgeballert wird. Ich wollte gerade sagen, bin ich überhaupt schon getroffen worden? Ich habe es jetzt nicht drauf angelegt. Aber die 100 Schadenruns müssten damit eigentlich auch gut machbar sein. Relativ gut. Ja gut, wenn man jetzt so dämlich spielt. Das ist die andere Sache. Jetzt habe ich gerne auf die Tränke aufgepasst. Ja, die laufen gleich aus. Dann werde ich halt ein bisschen langsamer. Was soll's. So, hier ist noch Molten am Start. Ausweichen mache ich wieder wie der Letzte. So, jetzt aber. So, jetzt die Tränke wieder. Zumindest mal den Angriff, der, ach Quatsch, den Geschwindigkeitsdrang werde ich mir jetzt nochmal geben. Ich muss gerade aus dem Fenster gucken. Ich bin gerade irritiert. So, und jetzt sind wir da nochmal. Oh Gott. Jetzt stelle ich mich nochmal an wie ein Jockel. Ja, der einzige Nachteil, sage ich mal, an dem Bild ist natürlich, dass man relativ wenig Leben hat. Das ist klar. Weil man hat keine Gegenheilung oder irgendwas am Start. Aber jemand, der halbwegs sinnvoll spielen kann, der muss das hier, sage ich mal, so hinbekommen. Das darf kein Problem sein, sage ich mal. Ihr seht ja, was da von Schaden rausgeht. Ist ja schon down, ne? Jetzt haben wir irgendwas gebrochen am Schädel, glaube ich. Guckt euch das an, wie das abgeht, ne? Das ist schon Wahnsinn. Also ich finde es richtig geil. Mir macht es auch richtig Bock. Ist richtig schön schnell. Und da ist er schon down. Also es geht jetzt super, super schnell. So schnell kann ich euch das Bild gar nicht vorstellen, wie schnell das geht jetzt hier. Wir können es auch mal gern gegen ein etwas stärkeres Monster machen. Kann ich mal, ja, The Frostback, Panga oder sowas auswählen. Keine Ahnung. Aber jo, es ist eigentlich klar, dass das funktioniert, ne? Eigentlich kann ich es auch dabei belassen. Jo, belassen wir es dabei. Das brauche ich euch jetzt nicht alles noch zu zeigen. Und ohne dich das Video in die Länge zu ziehen. Ihr habt es gesehen, es funktioniert gut. Molten 3 reicht auch völlig aus. Gerade im Singleplayer. Ihr lauft zurück, holt euch das Molten mit. Leitung auswählen. Jetzt vom Gameplay her habe ich das natürlich wieder super scheiße gemacht, wie man es von mir kennt. Aber jo, ich bin jetzt auch nicht mehr so geübt mit Pistolen. Jo, wendige Wu, 20%, wie ich es schon gesagt habe. Die andere Laterne, die ich gemeint habe, muss ich mal gerade gucken, was das ist. Äh, hier die, ja genau, Shrikes Eifer. Wenn die noch ein anderer Spieler dann mitnimmt. Zum Beispiel, ihr habt zwei Pistolen. Der eine nimmt Leitung, der andere hier Shrikes Eifer. Könnt ihr nochmal 15% mehr drücken. Ich glaube, das mache ich irgendwann mal mit Sascha zusammen, dass wir das zusammen machen. Einfach mal ein paar Randoms oder ein paar Lowys ein bisschen hochziehen und so. Die denken bestimmt auch, was geht denn mit den Pistolenspielern hier ab. Und ich hätte ja können jetzt noch was für den Schaden machen, also auch meine Pistolen noch weiter aufwerten. Die ist ja gerade mal bei 526, also da ist auch noch ein bisschen was drin. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Vielen, vielen Dank an Pox. Vielen, vielen Dank an Christian. Für den Bild gefällt mir richtig gut. Und ich werde jetzt noch ein Bildvideo vorbereiten, wo wir dann ein bisschen was mit Verwundung mit den Pistolen mal machen. Da habe ich auch die eine oder andere Idee. Weil ich ja gesagt habe, von jeder Waffe möchte ich eigentlich so ein Verwundungsbild machen. Und wollte das eigentlich schon längst gezeigt haben. Die Woche der Verwundung ist dann doch der Monat der Verwundung geworden. Ja, aber was soll es? Die Bilds kommen und ihr werdet es sehen. Und dann werden wir auch da noch Schwert und Axt durchgehen. Und Doppelkling fehlt glaube ich auch noch ein bisschen was. Ja, freue ich mich tierisch drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.